Hallo, herzlich willkommen zurück hier bei Assassin's Creed Odyssey und wir müssen hier die drei abtrünnigen Krypteia Mitglieder finden, sind ja eh abtrünnige Krypteia. Einmal sagen! Euer Dorf stinkt wie ein Schweinearsch! Haltet euer Maul! Oder esst keinen Stahl! Ich schlage euch mit Vergnügen die Zähne ein! Wenn ihr nicht ruhig seid! Sie tönten uns ohne Grund! Das muss ein Essen sein! So, ein Abtrünniger weniger. Kann ich mich ja hierhin porten, wenn ich da unten die erledigt habe. Dann hätte ich aber der Ansprache erst zuhören können, aber der Auftrag ist, die zu töten. Das mache ich. So. Ich degen, dass man möglichst nah dran kommt. So! Ich muss mal einen weiteren Ausguck über die Berglandschaft können wir da glücklich lang gehen. Und da unten können wir auch dann lang gehen, sehe ich gerade, einen schmalen Weg lang. Das ist praktisch. Na schon wieder Aris-Anhänger, eine Presse, kriegen die denn nie genug? Oh fuck, das war ein bisschen tief. Noch nicht weiter schlimm, wir kommen hier ganz gut trotzdem durch. So, hier lang. Okay, damit komme ich den Pettler hin. Kleine Klettereinheit. Gut. 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 Oh. plus 40 prozent auch überhaupt alle goldenen sachen vergleichen die ich irgendwie kombinieren kann was ich da mal nehme wenn wir mal wieder am schiff sind da habe ich ein paar sachen eingeladen so und da gibt es ja noch einen halt die spartanischen soldaten aus okay was haben die denn bitte angestellt aber egal auftrag ist auftrag so ja 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 das war ja mal easy ich werde nicht die Staatsmacht unbedingt unnötig schwächen. So. Deswegen zerstöre ich das jetzt auch nicht. Oh, krass. Ich vergesse das jedes Mal, wenn das noch rot ist, dass ich mich dann nicht... Die zwei Schritte, Mann. Ich hätte vielleicht vorher die Mission auf der Karte noch aktivieren müssen. Aber egal. So. Ja, ich glaube, ich stehe vor, Boss, Mann. Ich habe auch den Karte. Und zwar die Karte. Ich habe mich mit Spack. Ich habe mich mit Spack. Das ist gut und schnell an. Wo war er hier? Der trabt aber gut hin. Ist schön schnell unterwegs. Das ist gut. Das ist gut. vielleicht kann ich irgendwann mal die eine athena mission abschließen dass ich spartanische polemarchen töten muss als ich das nicht schon getan habe natürlich große misst dass die getötet ich denke Gegen mich hast du keine Chance! Hier kommt ein richtiger Krieger! Es muss eine Spur geben! Na, kleb wohl! Was ist das? Ja, die Startstädte sind aber nicht immer alle immer! Das ist ja wohl nicht mehr! Was ist das? 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 Was ist das für ein Geräusch? Was ist das für ein Geräusch? Genau jetzt geht er weg oder was? Was ist das für ein Geräusch? 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 Wie ist das für ein Geräusch Euh? Sparta! Erschwunden. 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 Dein Kopf ist für eine Handvoll Drachen. Da ist sie, ja! Schmehrt an, ey! Schmehrt an, bevor die zweite da ist. Erschwunden. Oh ja. Ja. Was bestätigen? Ja. Oh. 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 Mach es auf! Mach es auf! Mach es auf! Aber nicht allein! Nicht! Doch, doch, doch! Ich bin mit Trämpel und DPS! Mein Interesse! So, da gibt es eine Truhe. Oh, muss man nur aufheben. Ja, das lief schon mal nicht so wie geplant. Schiffe 3 Söldner sollte ich auch loswerden, bevor ich hier gegen, äh, zurück in die Stadt kehre hier. Habe ich von der Pestung schon alles eigentlich? Oh ja, habe ich schon. Dann hier raus. Dann zurück in die Stadt und den Einwander loswerden. Wollen wir uns vielleicht um den Söldner kümmern können, der da noch in der Nähe ist. Oh! Wie war das denn der Söldner weg? Oh! Ach komm, den können wir uns noch holen. Und ich muss nicht in die Stadt 볼ten. Ich muss mich, den Schiff, ab und schüben das Tier. Oh ja! Oh ja... Oh ja! Oh ja, da le�ben das Tier. Oh ja! Oh ja, das ist egal, dass wir uns noch in den Söldner nach den Söldner beenden können. Ein Söldling, was? Vielleicht, aber du hast... Ich habe 238.000 Crit-Schaden gemacht. Bats! Und dann das eine nur nachgehauen. Easy, weggeflext. Also weggehauen. Tja, das war ein Easy, Söldnakel. Ich dachte die, ach, die ist ganz nett, Bats! Tja, mit mir ist nichts zu spaßen. Müssen wir den noch töten. Was? Da will ich aber echt nur den töten, Mann. Ich muss vorsichtig sein. Hier sind viele Wachen. Urlohn verschwunden. Oh, Scheiße! Lass mich klappen! Ah, mehr noch! Für die Gatter! Oh! 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 Was ist das? Ich bin ein Kind. du kommst mit mir nicht oh doch nein nein ich bin nicht 2.50 52.000 dp alter stufe 40 incoming höhere sperrstufe ich fasse es nicht ja irgendwie ist das hier nicht so gar nicht so meins ich weiß nicht ob das könnte man höchstens von lernen um die von so einer Klippe runterzuschlagen oder so naja aber das war es von dieser folge wir werden uns in den nächsten wiedersehen bis dann hat er rein